So, Moment. Ich mach grad hier mal die alten raus. Achso, Minimo. So. Ich will übrigens meine Superhelden-Namen bitte mit haben. Oh. Ich muss mal gucken, wo man das überhaupt... Ausgedachte Superhelden nach Superhelden ist irgendwo, irgendwo... Das ist dir überlassen in dem Fall. Höchstwahrscheinlich, wenn D gewürfelt wird, nimmst du dich selber, Flo, wann? Darin. Darry Man, quasi. Darry Man. Oh, geil. Okay. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, Triss schreibt, lass mich aus dem Spiel. Ja, ja, lass ihn aus dem Spiel, dann lässt du ihn aus dem Keller, ne? So, Moment. Der Arme. Ich glaube, ich habe mir so einen ganz komischen Ruf hier gemacht in der Gruppe. Nein. Nein. So, Link ist in der Gruppe. Oh. Danke, Irons Link. Ja, ich mag die Playlist auch sehr gerne. Finde ich geil. Ich bin zwar angemeldet, aber ich habe COD als Gast oder was. Das ist auch nicht schlecht. Ich auch, das haben wir alle. Also, ich bin COD. Ich bin Duck. Ich bin die Ente. Einer fehlt noch. Ja, ich bin das... Wer sehr... Kann doch nicht sein in dem Spielball. Ach so. Hä? Ah, es geht los. Ah. Ja. Doch. Okay. Okay, los geht's. Äh, was? Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Oh, Scheiße. Oh, hat eine Leiche zu verstecken. Oh mein Gott. Sorry. Wenn ich groß bin, werde ich mal. Ja, das sind ja easy Kategorien. Ähm. Oh, fuck. Ach du, ernsthaft? Ihr habt eine Wix-Vorlage drin? Ist das euer Ernst? Oh, Scheiße. Ja. Got it. Oh. Es kann auch bescheuert sein, ne? Also es ist... Ja, aber gerade für bescheuerte Antworten fehlt mir einfach tatsächlich die Kreativität. Ach, meine Kreativität ist einfach tot. Ich schreibe einfach das, was das als erstes rauskommt aus dem Giga. Ja, das ist nicht kreativ, mein Freund. Sorry. Ja, das ist Grütze, verdammte Grütze, meine Freund. Ja, das hast du mir beigebracht, mein Lieber. Ja. Hi Rick, grüß dich, servus. Hi. Äh, fuck, mir fehlt noch das Fluchtfahrzeug. Flo, wenn du weiterhin Druck machst... Oh Gott, diese Kategorien sind furchtbar. Wer hat sich die denn ausgesagt? Gar nicht so schlimm. Ja, Lex, hast du da voll dabei bist, das wusste ich. Dankeschön. Boah. Okay, ich hab auch alle. Ich auch. Wie hast du denn da gleich so viele gefunden, Flo? Ja. Der Mann ist... Wie, nicht... So, ich bin fertig. Wer ist alles fertig? Alles? Jo. Okay. Ja, Rick, du kannst mitspielen, Alter. Was? Potze? Nein. Das geht... Nein. 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 Tschau, mein Freund, tschau. Vergiss es, vergiss es. Weißt du, nach 30 Sekunden fertig und dann kommt so ein Scheiß da raus. Wir sind jetzt gnadenlos, Junge, gnadenlos. Wenn die jetzt gnadenlos werden, dann drücke ich gleich mal auf, hör auf. Warte mal, wer kommt dann mit der Beleidigung Vogel? Ja, Vogel ist eine Beleidigung, ja. Vergesslicher Mulverkitzler, versauter Vertreter. Cookie, nimmst du eigentlich auch auf? Also Stadt, Land, Fluss, jetzt nicht. Okay, okay. Ich habe gerade festgestellt, dass ich nicht auf Aufnahme starte. Ja, siehst du, gut, dass wir das jetzt mal klären. Bei der Gelegenheit kann ich sagen, an die Zuschauer, checkt mal Cookies Kanal ab, nimm den LP. Hier steht's, schaut mal rein, lasst ein Abo da, auch ein cooler Kanal. Ach, das ist super lieb. Ach, na klar. Ich werbe für dich auch, keine Sorge. Ja, der andere Spacken auf YouTube, ne? Nee. So, Ort, um eine Leiche zu verstecken. Versteck. Alter, so ein bisschen kreativer geht's schon, oder? Ja, das ist, ja, das zählt, aber das ist so ultra unkreativ, Alter. Nee, Vietnam ist das Beste. Deswegen ist der ja auch immer so schnell fertig, ja. Das ist Grütze. Das entgrütze man da raus. Verschwiegene Vororte. Kann ich auch. Vagina, Tropfsteinhöhle. Oh, Alter. So eine Leiche in einer Vagina verstecken. Oh, das ist bestimmt fast so schlimm wie Vorhautstreckbank. Wenn ich mal groß bin, werte ich, ja, Vielflieger war super unkreativ, weil es verdammt gut aussehen, jawoll. Ja, das tust du doch jetzt schon. Das tust du doch jetzt schon. Das tust du doch jetzt schon. Wenn ich mal groß bin, werte ich mal Wodka trinken. Und jetzt werfen wir nochmal irgendwer mangelnde Kreativität vor. Ja, weil der eine, weil der eine, das ist nicht kreativ, du bist, du siehst doch schon gut aus, da musst du nicht kreativ für sein. Ach, deswegen sind die Spiegel in seinem Zimmer kaputt. Versammlungsexperte. Ja. Okay. Ich musste mir was ausdenken. Boring. Boring. Voll das krasse Mut. Ja, das ist nicht. Oh, da ist es. Boring, ne? Ja, das ist auch unkreativ. Geh mich zu. Volvo. Oh nein. Oh, Duck und COD. Vinylcouch mit Rädern, wie geil, Alter. Mein Penis ist so groß. Oh, schon wieder Volvo, Alter. Warte, ne Frage, ne Frage. Ja. Mit Volvo, Volvo, beides gleich, müssen beide raus? Ja. Nein. Nicht? Eigentlich laut Regelwerk schon, das ist okay. Ja, mir ist wurscht. Achso. Ja. Ich hätte es jetzt stehen lassen, aber mir ist egal. Mir genauso. Ich wollte nur wissen, ey. Es entscheidet auch jeder selbst. Also, wenn ihr sagt... Ja. Was? Mein Penis ist verdammt klar? Das ist nicht dein Ernst! Doch, die treibt sich so, Mann. Ja, also... Wie groß ist der Penis, Ellen, was? Entschuldigung. Verdammt lang ist Phoenix Penis. Nein, nein. Was? Ja, Phoenix! Ach nein, Verwaltungshochhäuser. Ja. Entschuldigung. Ja. Warum denke ich immer, dass du Seahorse bist? Ja, keine Ahnung. Weil sie ein Pferd ist. Nein. Nein. Trapper. Okay. Verwaltungs... Wie Verwaltungshochhäuser? Wen muss ich... Ja, keine Ahnung. Mir fiel nichts anderes ein. Weil du in der Verwaltung arbeitest. Ja, genau. Wer ist denn Vivian Schmidt? Ke... Was? Kenn ich nicht. Ja, da lacht selbst der Mergi. Kekschen, Kekschen. Vivian Schmidt schreibt sich so, wie ich es geschrieben habe. Ja, ist... Ist in... Ich? Ist dasselbe? Wir haben dieselbe Person gemeint. Ja, aber du musst so richtig... Nein, ist okay. Wir haben dieselbe Person leider gemeint. Versaute Sachen. Vergessliche Stripper. Vergessliche Stripper. Vergessliche Stripper. Das ist gut. Alter, das ist super. Du hast ja, na klar. Jetzt möge man mir das kurz bitte erklären. Ja, das ist doch ganz praktisch. Ja, der hat seine Klamotten vergessen, nachdem er sie ausgezogen hat. Ja, nee. Das ist doch ganz praktisch. Der vergisst immer wieder, dass er schon gestrippt hat und fängt wie eine Dauerschleife immer von vorne an. Ach so, oder so, ja. Meine Assoziation wäre jetzt gewesen, dass er einfach vergisst, sich auszuziehen. Das ist voll langweilig. Nee, nee. Das meinte ich nicht. Nimm das Geld und ich bin fertig. Was schreibt Iron Sling? Jetzt tu nicht so. Wow, wir sind das bezogen. Was? Auf die Vivian Schmidt, hä? Ja, ja. Okay, ähm, Dinge, die man am PC macht. Verlieren. Ja. Aber Flo, das ist auch wieder so, ne? Wie, wie, wie? Ja, wie war das gleich? Verlieren. Ja, okay. Meins ist auch mega unkreativ. Versaute Sachen schauen. Okay. Ja, Lex, so steht also itta. VR-Chat zocken? Mhm. Willst du nicht rein, wenn du streamst, geh da bloß nicht rein. YouTube bannt dich. Nein, also da sieht man Sachen. Ich hab schon Dinge gesehen. Die wollte ich nicht sehen. Ja. Ja. Okay, ich geh da jetzt grad mal rein. Will du ersatzst? Ihhh. Ihhh. Der faulte Gurke. Was hat das vegetarische Schnitzel da zu suchen? Das kannst du rollen. Das kannst du rollen. Die faulte Gurke, was habt ihr denn mit Lebensmitteln gemacht? Ja, die ist schon schön voll. Da musst du nicht erst vorarbeiten bei der Gurke. Die flutscht direkt rein. Wow. Ich find's toll. Der Schimmel, der rutscht. Und schleimige sind auch noch, ne? Genau, richtig. Du musst nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht zermatscht. Lex ist der einzigst Vernünftige von uns, der was Besonderes genommen hat. Wir alle sind einfach komplett kaputt. Und der Cookie schiebt sich einfach gleich den ganzen Venus-Rasierer rein. Oh, der vibriert dann aber. Das ist geil, Alter. Ja. Aber ganz ehrlich, es gibt nichts, wofür es nicht auch einen Fetisch gibt. Irgendwelche Leute machen bestimmt irgendwas. Garantiert. Wenn du jemals in den japanischen Sex-Shop bist und dort nicht deinen Fetisch findest, existiert der nicht auf der Welt. Ich hab einmal von einem schwulen Freund, Flo weiß genau von wem ich spreche, ein Bild gesehen, wo ein Typ sich einen runterholt, während die gesamte Hüfte voller Kacke ist. Soviel zum Thema, es gibt für alles ein Fetisch. Ich will zumindest mal die Ergebnisse bestätigen. Ich, ähm. Oh Gott. Den Derm lübt es unter den Fingern. Er war scheinbar. So, ähm. Und Dinge, was, äh. Alle ganz konzentriert. Ob die Mutter kreativer werde, ich werde mal kreativ. Oh. Ach du heilige Mutter, ich weiß nicht, ob das richtig geschrieben ist, also könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich habe dieses Wort schon immer gehasst. Wenn ich mal groß bin, werde ich mal... Entschuldigung. Alter, was, was hat... Gott sei Dank, 3D. Hm! Auge, 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 heu... ... Boah, nee, das ist Dinge, die man am PC macht. Tu einfach das. Du schreibst auch dasselbe, was ich jetzt schreibe. Nein, nein. Du schreibst doch auch, oder? Ich weiß genau, was du willst. Guck. Was? Qualitätsstream? Ja. Absolut. Rick, frag, ob wir das Qualitätsstream nennen. Ich sag dazu nur, wer im Classhouse sitzt. Okay, ich bin durch. Ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Ja, 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 alles gut. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Hallo. Hallöchen. Na, alles gut bei euch? Ach, der Bilex ist reingekommen. Servus, grüß dich, Bilex. Hi. Ja. Ich muss immer erst mal gucken, wer hier, welche Stimme und so. Ich bin auch fertig. Okay, ich bin auch fertig. Ich noch nicht, ich noch nicht. Eine Sekunde. Also, Cookie, du drückst dann. Willst du auch mitmachen, Bilex? Ich drücke schon auf den Link. Nee, nee, jetzt geht nicht, weil wir sind gerade noch mittendrin. Außerdem hast du, glaube ich, nur fünf eingestellt, ne? Ganz ehrlich, ich muss den Darym übertreffen bei Dinge, die man am PC macht. Na dann, hopp. Ja. Aber nächste Runde kannst du gerne mit einsteigen. Hm-hm. So. Alle fällig? Okay. Ja. Muttersöhnchen. Mutti Ficker. Maximal behindertes Eino. Oh, muffige Mutten-Mutti Felix. Alter. Felix. Oh, das sieht LKW am Arsch. Die riecht sicherlich voll nach Schwacke, Alter. Oh ja, aber vorne rum. Ich bin immer noch begeistert von der maximal behinderten Einhorn. Ja, das ist auch geil. Das ist schön, da zieh ich mal gleich meinen nicht vorne in den Hut. Ja. Mutter zieht LKW auf Eurosport einhändig. Was ist denn das für eine Beleidigung? Ach so, deine Mutter. Okay, okay, okay. Okay, alles klar, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ja. Eine Leiche zu verstecken. Münchner Hofbräuhaus. Mordor. Oh, Mordor ist super. Mordor ist gut. Mordor ist gut. Das ist gute Verstecke sein müssen, oder? Bitte? Mississippi ist falsch geschrieben nebenbei. Mississippi? Ja. Nein, das soll Mississippi heißen. Er hat an seine Mutter gedacht, weißt du? Das ist die Mississippi. Woher weißt du das? Ich kenn dich halt. Scheiße. So, wenn ich mal groß bin, werd ich Mutter in einer gleichgeschlechtlichen, Ehe, aber ich hab trotzdem die Hosen an, weil Mutti einfach die Best. Du hast es aber mit deinen Eltern, ne? Dafür hätt ich gern noch einen Pluspunkt ihm gegeben, weil das echt gut ist. Motorradfahren. Motorradfahren, okay. Na Fusi. Oh, das ist auch gut. Ja, auch schön. Masturbations-Weltrekord-Champ. Was ist denn Masturbation? Ja, mein Kindes-Weltrekord. Weißt du, wie oft den... Ja, ja, ja. Cookie? Ja? Was ist denn Masturbation? Masturbation? Ich kenn nur Masturbation. Du bist gesprich mit Blümchen und Bienchen, das musst du halten, du bist älter. Ich kenn nur Masturbation, aber... Ja. Ja, okay, hast ja recht, hast recht. Okay, Fluchtfahrzeug. Oh Gott, der ist gut, Milf-Express. Wie schön. Motorroller. Motorroller. Manta-Manta ist auch gut. Oh, Mamas Auto. Das hätt ich eigentlich eher von Flo erwartet bei den ganzen Antworten, die er mit Mama und seinen Eltern geht. Mein Penis ist so groß. Mokka-Becher. X, X, X. Samtschaum-Type, ganz wichtig. Weiländer Dom. Ja, ja, auf Yes klicken, das hat er eben auch schon mal. Mount Everest, okay. Oh. Everest. Malibu. Wichs-Vorlage. Misu, was ist... Was ist denn Misu? Taira Misu. Es ist auch eine Porto-Darstellerin. Okay. Ich kann eine Porto-Darstellerin eintippen. Aber schön, dass du die alle kennst. Das freut mich. Da lernt man auch noch was dazu. Auf jeden Fall. Da muss ich erst mal was anderes schreiben, was ich mir dann schon gedacht habe. Hast du was für die auch, oder was? Oh, Marilyn Monroe ist super. Ja. Finde ich auch, ganz ehrlich. Also habe ich zwar noch nie benutzt, aber kann ich mir gut vorstellen. Eben, dachte ich mir auch. Aber frag mal Kennedy, der weiß das sicherlich noch. Ah, nee. Der kann halt ja nicht mehr weitersagen. Nee. Muttis Nachbarin. Was? Das klingt irgendwie kohlen. Ja, vielleicht ist sie gerade erst 25 und hat ein Kind. Oder sie ist gerade schwanger? Hochschwanger? Muttis Nachbarin kann ja auch jegliche, also alles Mögliche sein. Ja? Es kann eine alte Oma sein. Das kann eine alte Oma sein. Es könnte eine Zwölfjährige sein, weißt du? Ja. Mit dem Kind? Das weiß man nicht. Eine Zwölfjährige mit dem Kind, genau. Dinge, die man am PC macht, masturbiere. Auf Muttis Nachbarin wahrscheinlich. Das ist viel widerlicher. Weil ich eben einen reindrücken wollte. Ich wollte besser sein. Schlimmer. Muttis Schlüpfer riechen. Das machst du doch nicht am PC, mein Freund. Das machst du. Das macht er ständig, aber halt auch am PC wahrscheinlich. Das machst du frisch aus der Praktikation, machst du das, oder? Was meinst du, warum der immer so leicht nasal klingt? Der hat jetzt wahrscheinlich sich den Schlüpfer auch so um den Kopf gebunden, damit er ihn ständig vor der Nase hat. Oh, kennt ihr Kamen? Kennt ihr Kamen? Hentai? Ja! Was? Was? Oh Gott. Ich kenne euch so viele Sachen nicht, Alter. Was ist los? Hentai ist Justice. Ach, Hentai. Hentai, ja, Hentai kenne ich. Okay. Ja, aber Hentai Kamen ist ein Film über einen Superheld, der unglaubliche Kräfte bekommt, sobald er sich einen Tragen-Mädchen-Schlüpfer hat. Ach doch, ja, 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 das habe ich schon mal gesehen. Der Film ist so geil. Das habe ich schon mal gesehen. Ich muss, glaube ich, meine Stimme gerade mal ein bisschen leiser machen. Bin ich bei dir eigentlich wieder so zerkratzt, Phoenix? Also meine Stimme? Nee, gerade nicht. Okay, gut. Aber ich glaube, ich weiß nicht, woran das lag generell. Wer weiß, vielleicht, weil wir nebeneinander aufgenommen hatten bei TTT. Bei dem nebeneinander saßen, ne? Genau. Okay. Dildo-Ersatz, Möhrchen, ach wie süß. Oh Gott, Möhrchen, vor allen Dingen, wenn ich Möhre, sondern Möhrchen. Er ist meist erst die fette Melone reingedrückt und dann das Möhrchen, da spürst du doch überhaupt nichts mehr. Nee, nee, erst den maximal großer Dildo und dann die Möhrchen. Und dann ein monumentaler Vibrator und dann am Ende nochmal so ein Maiskolben. Weißt du, wie du? So eine richtige Piñata. So eine richtige Piñata. Ja, schön eigentlich. Mit dem Maiskolben darfst du nur nicht zu schnell rubbeln, sonst gibt's Popcorn. Was? Einfach nochmal draufschauen, ich bin auch direkt wieder reingekommen. Genau. Okay, alles klar. Okay. Machst du jetzt nochmal neu auf, damit der V-Lex rein kann? Warte mal, ich glaube, wir haben noch eine Runde. Ja, eine Runde haben wir noch. Nee, zwei haben wir noch. Ich meine auch. Nee, das war jetzt die... Ja, sollen wir nochmal neu machen? Ja, können wir doch. Ja, okay, auf. Ja, mach doch zu Ende, alles gut. Okay. Nee, dann machen wir nochmal neu. Geduldiger Mensch. Was war das denn, Alter? War das die fiese Mutter, die Stiefmutter? Nein, das war meine Mutter. Is das genau. Ja, selber. Full're fuck. Das war mal. blur.